Er spielt mit dem Hockenwörth Campo Bern ist überall, hier in der Schweiz und begleitet Literatur seit einigen Jahren. Für uns ist es jetzt auch ein bisschen ein Experiment, Second Life und Musik auszuprobieren. Also ich sage nicht viel, ich übergebe die Bühne, Michael, für 15 Minuten. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung 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 des ZDF, 2020